Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Ultra Hardcore Challenge. So, ihr seht zwischen den Folgen habe ich hier jetzt ordentlich abgebaut. Es sind ingame jetzt, wenn ich mir richtig mitgezählt habe, drei Tage vergangen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass unsere Trader, unsere Stick Trader jetzt wieder lieb sind zu uns. Uns wieder mögen, warum auch immer. Ich pflanze jetzt hier nur kurz ein paar Bäume gleich wieder nach. So, ihr seht, hier liegen noch sehr, sehr viele Sätzlinge rum. Ich habe einfach keinen Platz mehr im Inventar. So, hier noch ein, zack, zack. Wichtig ist halt, dass wir die ganzen Sticks und das Holz haben, ja. Ja, eh klar. Zack, 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 zack. So, hier noch ein. Jo, sollte genug sein, denke ich mal, ne. Zack, 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 zack. Ein halbes Herz habe ich wieder verloren, weil ich zu spät ins Bett gegangen bin. Darum habe ich auch hier ein Zombie-Fleisch. Also, warte mal. Kuh. Inventar war ja voll, ne. Haben wir gesagt. Wie? Aber Zuckerrohr will ich auf jeden Fall gleich wieder mitnehmen rüber dann, weil sollten wir mit dem Holz jetzt nicht auf Level 23 kommen, dann können wir eben hier auch noch versuchen, mit Papier ein bisschen was weiterzubringen. Jo? Jo. Die Nacht verbringen wir jetzt noch hier. Ich räume kurz nur ein bisschen. Schauen. Okay, ich habe eigentlich nicht wirklich was, was ich ausräumen kann, ne. Ja, hier die Eisenspitzhacke brauche ich gerade nicht. Stattdessen würde ich eben gern die Kühe noch ein bisschen füttern. So. Und hier ist es mir jetzt schon voll oft passiert, dass mir hier das Tor aufgegangen ist, wenn ich hier so rundherum gehe. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oder vielleicht packt auch manchmal die eine oder andere Kuh raus, ne. Ich sollte das wohl mal erweitern. Gibt auch ein paar Level, ne. So. Sollte reichen. Zack. Zwei Weizen. Ja. Voll. Gut. Gut, gut, gut. Gehen wir rüber gleich. Zack, zack, zack. Wir müssen eh dann gleich schlafen. Oh, schau. Ein neuer Baum ist gewachsen. Den behalten wir uns jetzt wieder für später auf, ne. Zack. Können wir schon schlafen? Nee. Müssen wir jetzt eh erst mal hier ausräumen. Das heißt, zack, zack, zack. Also da geht schon einiges ans Decks hier raus, ne. Da kommt schon einiges zusammen an Holz. Wenn wir das machen. So, 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 so. Ups, das hätte ich eigentlich auch. Dann hätte ich noch mehr Platz gehabt im Inventar, ne. Ei, 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 ei. So, bereiten wir quasi gleich den Trade ein bisschen vor, den nächsten Tag. Zack, so, so, zack. Und gehen erst mal schlafen. So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Leute. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, äh, das Video bewertet, mit einem Like, ne, Kommentar und so weiter und so fort. Äh, das unterstützt, das Video, das unterstützt den Kanal und mich ungemein, dass wir wachsen. Und wir wollen ja wachsen, ja. Da, schau, jetzt hat er wieder 32. So. Ich hoffe, wir kommen jetzt auf die, was Level 23 brauchten wir. Sonst müssen wir nur ein bisschen kreativ werden, wie wir da jetzt, äh, hinkommen. So. Servus. Alternativ könnten wir auch noch ein paar Bücherregale, äh, traden. uns kaufen oder gleich mal schauen, ob wir, äh, wieder irgendein Buch kaufen können. Zack, das wäre auch eigentlich, äh, Haltbarkeit, wenn wir nochmal kaufen gleich. Dazu müsste ich nur ein Buch holen, ein leeres. Ja, Level 24. Es geht sich aus. Es geht sich aus, ja. Zack, so. Das, das kommt alles da rein. Äh, dann nehmen wir uns jetzt hier unsere Spitzachst. Spitzachst, Spitzhacke. Warum sage ich eigentlich immer schon die Diamanten, ne? Und das zaubern wir rauf. Für 23 Level haben wir jetzt unsere ultimative Spitzachst, Spitzhacke, Haltbarkeit 3, Glück 3, Reparatur 1 und Effizienz 5. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Da wir ja jetzt, das lassen wir da, das, das, das und das. 64 Sticks nehme ich mit, mit der Begründung. Wir gehen ja jetzt natürlich unter Tage. Das heißt, wir brauchen Fackeln. Mhm. Und da wird nicht lang gefackelt. Diamantsch. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Bleibt das jetzt die ganze Zeit hier eingeblendet? Oder wie? Wenn ich die habe. Wenn ich die habe. Wo ist mein Eimer? Wo ist mein Eimer? Marito, was hast du denn schon wieder mit dem Eimer aufgeführt? So. Zwei Suppen. Heilen wir uns kurz mal hoch. Gut. Hier Kohle. Fackeln haben wir nachher eingesteckt. Wir nehmen uns trotzdem die Kohle mit. Ich glaube, der Eimer war da vorne. Wir brauchen nämlich auch Obsidian. Jawohl, da ist er. Da ist der Eimer. So, Wasser und dann ab dafür. Und zwar habe ich vor, ehe ich euch schon in der letzten Folge gesagt habe, da unten bei dem Halbstock Eisenfarmen zu gehen. Ja, warum genau da unten? Ich habe keine Ahnung, auf was für einer Höhe wir hier sind. Wir haben nicht nachgeschaut. Aber da hinten habe ich eben Eisen schon mal relativ viel gefunden. So, und jetzt schaut euch das an, wie die abgeht. So, ist das nicht cool? Ist das nicht cool, wie die abgeht? Ich möchte jetzt nur allerdings, dass es so haben passt. Da muss ich nicht immer so weit zurück. Und da buddeln wir uns jetzt einfach mal durch und holen alles raus. An Kohle, an Eisen hoffentlich, an Redstone oder was wir immer finden. Das ist Kupfer, ne? Kupfer brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Und ja, es gibt auch keine EP. Da hinten ist auch nichts Spannendes. Lassen wir da. So. Und jetzt schaut euch das nämlich an. Wir sind auf einer Höhe, wo es Gold gibt. Wir sind auf einer Höhe, wo es Diamanten gibt. Und wir sind auf einer Höhe, wo es eben auch Eisen gibt. Und das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Und was waren das jetzt? Mit Glück 15 Diamanten. Dank dem Glück, ne? 15 Diamanten, meine Damen und Herren. Warum haben wir das nicht schon früher gehabt? Da hat immer so viel Zeit da spart. Das Tolle ist, wenn wir was abbauen, was uns irgendwie was bringt, bekommen wir auch immer wieder gleich die Spitzhacke repariert. Hier, Redstone. Gib die P. Gib die P, damit wir das Schwert dann verzaubern können, ne? Super. Also heute machen wir hier mal eine Strip-Mining-Folge. Oder Farm-Folge, wie immer man das nennen mag. Ein Kies muss ich jetzt nicht unbedingt mit der guten Spitzhacke hier abbauen. Das nie. Einfach nein. Erde auch nicht. Die hätten wir vielleicht noch eine Schaufel mitnehmen sollen. Auf jeden Fall können wir es uns jetzt dann auch leisten, dass wir... Da, was haben wir da? Eisen. Oder? Gold. Na, Gold. Ja, sehr cool. Brauchen wir eh auch für die Äpfel, ne? Brauchen wir eh auch für die Äpfel. Was waren das? Ah, da ist doch Eisen. 15 Eisen. 15 Eisen. Dank dem Glück. Sehr cool. Da ist noch... Achso, das ist Erde, oder? Ja. Sehr schön. Da ist wieder was. Also da geht es jetzt wirklich dahin. Wieder Eisen. Da findet man das Eisen. So lange haben wir es gesucht, so lange haben wir keins gefunden. Ich will jetzt mindestens ans Deck Eisen. 34 haben wir schon. Wir brauchen es einfach, ja? Und Diamanten haben wir gefunden. Sehr gut. Geht jetzt einfach ein bisschen so den Berg entlang, ohne jetzt irgendwie was abzumessen oder so. Einfach durch, ne? Da haben wir schon wieder Eisen. Schau her. Wir waren vorhin einfach nicht glücklich genug. Jetzt haben wir drei Glück und holen hier Eisen raus, was geht. Ja, sehr cool. Und Diamanten haben wir auch noch gefunden. Das finde ich am obercoolsten, dass wir gleich Diamanten auch finden. Gold werden wir jetzt noch finden, bin ich auch happy. Gold bekommen wir aber sonst auch im Neto relativ viel. Wir sollten aber auch Lava finden, ja? Das wäre cool, wenn wir da irgendwo einen Lava-Raum finden. Wir wissen zwar, unten ist Lava, ganz unten am Bedrock. Aber da ist nämlich diese Ding-City, ne? Diese, diese Warden-City. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es heißt. Fachbegriff, Fachterminus. Ihr wisst es, ihr schreibt es mir in die Kommentare. Da will ich halt einfach nicht reingehen. So, da haben wir wieder was, was EP gibt. Schau her, Kohle. Habe ich gesehen, ne? Na, doch eine Kohle. Was ist es? Es ist mehr Müll. Jetzt lassen wir da. Da ist Kohle. Schau her. Auch wieder eine Kohle. Warum verwechsel ich das Kupfer immer mit der Kohle, sag mal, ne? So ähnlich schaut das ja gar nicht aus. Das ist jetzt die heilige Spitzhacke. Wird es das im echten Leben auch geben? Ich würde mir auch die nehmen. Ich würde sie sogar mitnehmen ins Bett, ja? So. Zack. Findet man noch was? Sicher findet man noch was. Gleich findet man sicher wieder was, ja? Irgendwas. Wasser. Wir finden Wasser. Okay. Soll recht sein. Wenn wir hier Wasser finden, dann findet man, was findet man dann hier? Und wie schnell das einfach geht mit der, ne? Abbauen hier. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, wie ich da mit den Steinspitzhacken rumgelaufen bin und ich habe das dann alles nur mit den Steinspitzhacken weitergefarmt. Na, servus. Na, servus, sagt man da. So, gehen wir da wieder jetzt mal in Richtung zurück. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Haben wir einen Gang zurück, genau. Ein bisschen ausgeschwenkt. Weiß nicht, ob wir schon in anderen Junk sind. So gut rechnen kann ich nicht. Außerdem habe ich keine Koordinaten und auch keine Junk-Grenzen. Aber da haben wir jetzt schon wieder einen immensen Gewinn gemacht, ne? Da. Schau her. Haben wir wieder Eisen. Und das Eisen wird hier nicht verweisen. Nein, nein, nein. Kennt meinen Leitsatz. Willst du Eisen haben, pack es ein. Denn sonst hast du nur noch Stein. Wie viel Eisen haben wir jetzt? 58, fast ein Steckeisen. Und das in... Na, was waren das jetzt? Fünf Minuten? Das ist jetzt wieder ein Klump. Brauchen wir nicht. Dann eine Höhle. Da ist eine Höhle. Ist das gescheit, was ich da jetzt gerade tue? Nein, ist es nicht. Aber da wäre Koh... Keine Kohle. Ich sehe doch da drüben schon was hüpfen, ne? Da ist ein Creeper. Das ist übrigens der erste Creeper, den was ich in dem Spielstand sehe. Ich wollte das Gold hier haben. Wo ist er denn? Wir haben einfach den Imba-Bogen schlechthin, ne? Kommen halt jetzt die Erfahrungspunkte nicht. Gehen wir hier weiter, ne? Soll so sein. Und unsere Fackeln sind auch gleich aus, ne? Sonst trifft es sich ja gut, dass wir schon wieder am Rückweg sind. Zählt das jetzt schon als Höhlentour, Freunde? Wenn wir da mal reingeschaut haben? Glaub nicht, ne? So. Sind wir zuerst so weit gegangen? Schein so. Ich brauche mal kurz mal ein paar neue Fackeln. Irgendwie flackert das Bild die ganze Zeit immer da herunten. Ich hoffe, das ist nicht von worden. Und schau mal her, was wir schon wieder gefunden haben. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Ihr seid die Besten. Das muss man jetzt schon mal sagen. Ihr seid wirklich die Besten. 20 Diamanten. So, in 5 Minuten. Warum habe ich da unten so ewig lang rumgesucht? Ich hirrs. Warum habe ich da unten so lang rumgesucht? So, jetzt müssen wir unseren Stack Eisen voll haben. 64 und 9. Jawohl. Sehr schön. Diamanten haben wir jetzt hier auch nochmal gefunden. Sind da noch welche? Zufällig. Jetzt kommt da die Gier wieder hoch. Entschuldigung. Das heißt, wir kriegen jetzt auch Diamantwerkzeuge. Ist das nicht schön? Beziehungsweise sollten wir uns Diamanten ein bisschen aufsparen und nicht alles in Werkzeuge vertun. Aber unten habe ich nicht so schnell Diamanten gefunden. Ganz ehrlich. Jetzt haben wir zwei Diamantenspots innerhalb von... Acht Minuten. Entdeckt. Sehr, sehr cool. Einfach sehr, sehr cool. Aber Lava brauchen wir noch, Leute. Lava brauchen wir. So. Wenn wir da noch irgendwas... Wo kriegen wir das Obsidian jetzt her? Wo kriegen wir die Lava her? Die Frage der Fragen. Hier drüben war ja, glaube ich, eine Höhle, ne? Wenn wir da kurz mal hinten... hinbauen. Hier hinten war, glaube ich, eine Löwe. Laberbecken so oben habe ich jetzt nirgendwo entdeckt. Da war doch die Höhle. Habe ich so in Erinnerung. Wo war denn die Höhle? Ich höre schon ein Skelett. Die Spinne hören wir auch. Na schön. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, unten. Zombie. Da muss die Höhle sein. Wann das jetzt Silberfische? Ich glaube, das waren Silberfische. Da gehen wir. Das kleinen Scheiß habe ich jetzt da echt keinen Bock drauf. Ja, schau her. Lapis. Ich wusste ja, da ist eine Höhle. Schau her. Da unter uns ist sie. Okay. Weil deswegen habe ich mich ja da runter gebaut dann. Irgendwo da war die Höhle. Irgendwo da war eine Höhle. Ich weiß. Ich finde es jetzt nimmer. Wie kommen wir an Lava? Ah, an Lava. An, an. Na, hier, wie heißt es? Da ist noch Gold. Da habe ich Gold vergessen. Schau mal. Fängt mit dem Kupfer. Wie heißt es? Obsidian. Wir wissen, ja, wir wissen, da unten war der Worden. In dieser Richtung. In dieser Richtung auch überall. Wenn wir da weiter nach hinten gehen. Ne, ich glaube, der nächste Gang war es oder der übernächste. Da müssten wir zu Lava kommen, ja. Müssten wir zu Lava kommen. Schau, la, la, la. Aber ist es da immer noch dann diese City da von ihm? Die Worden City? Oder ist da einfach schon kommen? Komm, jetzt machen wir mal hier so zu. Komm, nimm das Wasser wieder auf. Jetzt kommen wir nicht hin, ne? So. Nimm's Wasser. Ist sehr gefährlich, was wir da jetzt gerade tun. sehr gefährlich, Freunde. Schaut es da drunter aus, da ist auch noch Lava. So. 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 Ist sehr effizient, die Spitzhacke, ne? Sechs, zehn braucht man, ne? Zehn. Wir nehmen zur Sicherheit welche mit für einen Verzauberungstisch. Wir werden ihn nicht bauen, aber wir nehmen was mit. Das heißt, da müssen wir mit vier auskommen. Vierzehn. So. Und jetzt möchte ich da einfach gern weg aus dieser Worden City. Wobei ich gerne, warte mal, wo war das jetzt? Nee. Jetzt mag ich noch kurz was probieren. Einmal draufhauen, okay? Einmal draufhauen. Mehr nicht. Da. Das gibt ja Erfahrungspunkte. Da können wir eigentlich unser Ding ein bisschen reparieren, ne? Unser Zeug. Ich sollte jetzt kurz nur probieren. Okay. Mit dem natürlich auch. Ähm. Da sind's. Okay. Äh. Redstone nehmen wir mit statt Granit. Das können wir vielleicht später mal zum Traden verwenden. So. Liebe Leute, wir haben's geschafft. Wir haben 64, äh, 73, Eisen, ein, Gold und 20 Diamanten gefunden. Ich sag, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Ciao, baba, euer Marito. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halle.